Es war mit Abstand die schlimmste, most crazy TV-Show, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe insgesamt 555 gemacht. Und ich bin kein schwulen Feind, ich habe sehr viele schwule Freunde. Aber ich finde es trotzdem eklig, wenn zwei Männer sich die Schwänze lutschen. Und das habe ich da ausgedrückt. Und das ist so. Und wenn eine fette Alte aus dem Pool kommt, mit einem durchsichtigen T-Shirt, finde ich das auch eklig. Und wenn eine Granate aus dem Pool kommt, mit einem durchsichtigen T-Shirt, finde ich das geil. Wenn ein Schwuler am Pool sitzt und dann kommt ein schwuler Typ raus aus dem Pool, der so einen durchsichtigen Stringfang anhat und eine große dicke Wurst in der Hose hat, dann findet ihr das geil. Ich nicht. Einfach ist das erklärt. Ich habe nichts gegen Schwule, ich habe eigentlich gegen überhaupt niemanden was. Jeder kann mal was er will. Werdet alle schwul, dann bleiben mehr Frauen für mich. Und das ist meine Message. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.